Caro, bin stiller Zuschauer. Sehr, sehr großen Dank an dich und Aslan. Mein Ziel, dich persönlich mal zu treffen. 5K XRP halte ich so lange wie du 10K. Prognose, wenn sie in den Derivatemarkt gehen. Keine Ahnung, mein Lieber. Wisst ihr, das ist immer so eine Sache. Die meisten gucken sich das an. Die gehen hier drauf, klicken da drauf und sagen, es gibt also 100 Milliarden XRPs. Der Derivatemarkt ist so und so groß. Was weiß ich. Billiarden groß. Oder können wir später nachgucken. Riesengroß. Und jetzt nehmen wir diese Anzahl an eine Billiarde und teilen das durch die 100 Milliarden und dann haben wir einen exorbitant hohen XRP Preis. Nein Leute, nein. Der XRP Preis wird nicht so ermittelt. Der Preis wird ermittelt anhand von Orderbüchern. Es gibt Einkäufe von XRP, nicht nur XRP, jeder andere Token oder Coin auch. Es gibt Einkäufe, es gibt Verkäufe. Dann gibt es Automated Market Makers, die machen ein Matchmaking. Und wenn ein Angebot auf eine Nachfrage trifft, bumm, dann wird der Trade ausgelöst. Gibt es jetzt mehr Angebot als Nachfrage in einer Exchange? Dann fällt der Preis. Gibt es in einer Exchange mehr Nachfrage als Angebot, dann steigt der Preis bei einer Exchange. Darum haben wir auch große Preisunterschiede zwischen Exchanges. Was passiert dann? Exchanges treiben Arbitrage-Handel untereinander. Wenn eine Exchange erkennt, hey, bei mir ist der Preis schon jetzt so hoch und die andere Exchange bietet das noch so günstig an, weil dort das Angebot- und Nachfrageniveau halt anders ist, als hier bei dieser einen Exchange zum Beispiel, dann kauft sich diese eine Exchange hier, die ihre XRPs hier gerade viel teurer anbietet, von der anderen Exchange günstig auf und verkauft sie hier weiter. Dort fängt dann der Preis auch an zu steigen. Und so haben wir dann immer ein ungefähres Gleichgewicht über alle Exchanges hinweg. Darum sind die Preise bei den Exchanges alle gleich. Also geht der Preis, es hat damit zu tun, wie viel Angebot in Zirkulation in den Exchanges ist. Das bestimmt den Preis. Nicht die Größe des Marktes, in den wir eindringen. Natürlich auch mit ganzem Ausschließen kann man das jetzt nicht. Aber was ich sagen will ist, wir wissen nicht, wie viel XRP in den Exchanges sein wird. Stellt euch mal vor, für On-Demand-Liquidity wird das meist jetzt genutzt und es ist dann nicht mehr in den Exchanges zum An- und Verkauf. Und dann haben wir nur noch einen mickrig kleinen Anteil von XRPs hier in den Exchanges. Und dann fängt dann auf einmal die Nachfrage zu steigen. Wenn da kaum Angebot in den Exchanges ist, dann kann das sein, dass wir exorbitante Preise erreichen. Schwer zu sagen. Konzentriert euch nicht auf den Preis, sondern konzentriert euch darauf, was dieses Projekt vorhat, in welche Richtung es geht, wie sie sich strategisch aufstellen und wie sie sich weiterentwickeln. Und ich meine, es ist lange nicht mehr Transaktionen, internationale Transaktionen, es ist lange nicht mehr nur der Derivatemarkt. Die XRP Ledger findet Anwendungen in so gut wie allen Bereichen. Selbst Smart Contracts über Second Day Solutions gibt es jetzt auch auf der XRP Ledger. Sonst gibt es Eigenschaften bei der XRP Ledger, die keine andere Kryptowährung oder Blockchain so bieten kann oder Distributed Ledger Technology. Daher sehe ich einfach Zukunft in diesem Projekt. Wie es jetzt angewendet wird, ob es angewendet wird, wie die Zukunft aussieht, das ist alles eine Spekulation. Aber wir haben eindeutige Signale, wir haben eindeutige Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht, dass Banken anfangen es zu nutzen, dass verschiedene Institutionen anfangen es zu nutzen, dass es als Plattform der Interoperabilität einen Vorteil bringt, die man bei anderen Kryptowährungen nicht hat. Man braucht eigentlich nur eins und eins zusammen zu zählen. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.